Herzlich Willkommen und heute spielen wir hier bei Hearthstone mit der Magier. Mit diesem Magiergedeck macht man hier eine Magier drauf spielen. Spiel wird gestartet. Jaina gegen Jaina. Genau. Perfekt. So. Einem Ding kommen wir nicht weiter, wir holen den zweites. Und da holen wir dieses Fluss Dingens und drücken auf Fertig. Oh. Der gibt mir gleich auf die Fresse. Nein. Okay. Da hilft eigentlich noch eins. Wir befinden uns auch mal so einen Moloch-Typi oder? So. Wollen wir noch. Und ich stecke jetzt. Das war's. Das war's leider. Oder? Wird hard, ne? Und das wird hard. Aber... Sag mal. Okay. Mein Zug. Das war's. Okay. Ich habe diese Runde keinen Kater ausgespielt. Ich glaube das war... Hm. Aua. 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 Das war's. Zack. auch noch ansturm okay sie werden nicht wissen wir ihnen das war's machen die ihm jetzt erst mal ja genau anstatt genau ich hoffe dass ich meine erfindung gefällt so noch mal Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Der hier gehört mir. Ja, komm. Was war's? Ja, leider. Ich werde trainieren. Oh. Okay. Um jetzt bin ich wehren. Okay. Perfekt. Perfekt. Und einmal anspornen. Kostet meinen Stahl! Aua. Aua. Oh, scheiße. Scheiße. Sack. Sack. Ja, aber er wird mich jetzt einfach mit so einer Heldenfähigkeit vernichten. So würde ich's machen. Oh, ein Feuerball. Wir machen's einfach gleich nochmal. Ich werde einfach so lang gegen die Spielmäßigkeit, gegen die Gewinnung oder welche? Jada, gegen Jada! Ihr habt es so gewollt. Meine Magie wird euch in Stücke reißen. Und er ist so cool. So. 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 Ein Manner mehr. Das wollte ich gar nicht. Mann, das wollte ich gar nicht. Ich wollte den Melden geben. Der hat den E-Ungenäht. So. Das wollte ich gar nicht mehr machen. Ernst? Nein. Das ist ein Möbel, Mann. Schaut gut. So. Ich hoffe, dass ich meine Erzählung gefährde. Geht leider mit Schaffen, ich tut. Hey, mein Spot lebt noch. Perfekt. Nein. Nein! Und ich mache den hier einfach. Zack. Und dann mache ich... So, gib mir den Helden. Perfekt. Nein! Sie werden nicht wissen, wie Ihnen geschieht. Guck mal, wenn ich mal so ein Schafen... Schäfchen. Schafchen. Was glaubst du so? Ich darf nicht lassen. Nein! Wollen wir den anstürmen. Und... ...dann gehen wir noch. Hallo? Okay. Die hat nicht mehr viele, ne? Oasen schnappt tiefer. Oasen schnappt tiefer. Die liegt noch an. Okay. Da ist der Sieg. So. Und dann noch ein Schafen. Okay. Ich will den Worte fahren. Ruf 2d nochmal mit Spott aber. Okay. Dann muss ich sagen. Ich nehme jetzt einfach mal durch auf und... Karte das immer, wenn wir eine gute Folgenlänge haben. So, gewählen die. Schwingen Jäger. Das wollen wir nochmal aufbinden.